Musik Die Ausstellung vereint seit mehreren Jahrzehnten zum ersten Mal wieder die Highlights, die Glanzlichter der Gottfried Keller Stiftung an einem Ort. Es ist so, dass diese Stiftung, die auf die Privatinitiative von Lydia Welty Escher zurückgeht, der Tochter von Alfred Escher, ihre Werke in der ganzen Schweiz auf die Museen verteilt und die sind zur Verfügung gestellt als Depositor. Nun haben wir die Möglichkeit, diese Bandbreite und diese Vielfalt das erste Mal seit langer Zeit wieder zusammen zu sehen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020